Musik Was haben all diese Eltern gemeinsam? Sie haben ein Kind, was in der E1 der JSG Unterweser spielt. Musik Wir sind Sidious, dabei schließen. Musik Wir sind es in der E3. Das war der Ausstellung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir spielen noch Fußball, wo andere schon lange schlafen. Wir haben sogar prominente Unterstützung von Axel Einemann, Moderator bei Radio Energy und Clemens Schappenbauer, Spieler vom SV Werder-Bringer. Und, Terence, was sagst du als Experte? Die Mannschaft muss auch zum E-WG-Kampf werden. Gehe ich auch so. Gute Jungs! Was die Isländer können, können wir schon lange. So, und wenn euch das alles noch nicht reicht, haben wir noch einen. Das ist Patrick. Das ist Patrick. Das ist Patrick. Das ist der Fehler beim E-WG-Kampf passiert, wodurch wir ausgeschmieden sind. Und obwohl keiner mit Patrick gemeckert hat, kann er sein Ding nicht mehr schlafen. Darum hoffen wir, dass wir uns zum E-WG-Kampf einladen, dass Patrick endlich wieder schlafen kann. Ich hoffe, dass wir uns am 5.5. bei euch am Weserstadion wiedersehen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.